Gut, je früher wir dorthin kommen, desto besser. Ich komme besser mit. Die Vulka haben die Kanalisation mit einem Energieschild gesichert. Ich bin eine der wenigen Tarrisianer, die wissen, wie man trotzdem reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, wie man hinkommt. Aber es ist hier irgendwo in der Kanalisation. Im Nordosten, glaube ich. Hoffentlich ist der Ranker nicht mehr hier. Ein Ranker? Meinst du das ernst? Früher hat in diesem Teil der Kanalisation ein Ranker gelebt. Das Biest frisst alles, was ihm in die Klauen kommt. Und es ist riesig. Zum Glück sind Rankers dumm wie Bantermist. Ich habe mich immer an ihm vorbeigeschlichen. Uns fällt schon was ein. Es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Das kommt gar nicht in Frage. Gehen wir. Alles klar, dann mal los. Wie gesagt, irgendwo im Südosten. Such einfach nach einem Energieschild. Wenn du ihn siehst, sind wir da. Sei wahr, hat sich die angeschlossen. Denk daran, dass du immer nur zwei Begleiter mitnehmen kannst. Die anderen warten in deinem Apartment. Im Gruppenjahr, bla bla bla. Das Problem ist, die können wir nicht entfernen. Bis wir die Quest gemacht haben. Was schlecht ist. Das heißt, wir nehmen jetzt Kav mit. Denn ich gehe natürlich nicht sofort dahin. Bin ja nicht bescheuert. Wenn wir mit dem niedrigen Level schon die Gamoriana da schwer erledigt bekommen, dann unterschreibe ich damit praktisch mein Todesurteil. Nein, ich, ähm, gehe jetzt zuerst die anderen Quests erledigen, so Rookle und so. Ich level erst ein wenig. Ja, da ist der Energieschild. Da gehen wir, wie gesagt, jetzt noch nicht hin. Ah! Shit. Egal. Ähm, Kav hat ein Level-Up. Den verteile ich auch direkt mal, denn ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Zeit so einen Kampf bekommen, der uns unser Leben komplett rauben wird. Scharfschütze. Ähm, obwohl ich glaube, dass dieser Händler uns vielleicht überfallen könnte. Ähm, weil er will ja die Tagebücher haben, anstelle von Rookle. Und das müssen wir natürlich verhindern. Wir sind ja gut. Geröll. Achso, wir sind jetzt hier. Gut, ähm, wir gehen, ja, da. Dreckt ist es doch. Da gehen wir jetzt wieder zurück hin. Mein Leben ist gar nicht mehr so hoch. Hör, alle anderen haben volles Leben. Ich habe das Niedrigste. Aber sie hatten auch gerade eben ersten Level-Up. Ich nicht. Ich habe keinen Level-Up. Ich will mich schon nachlässig. Nein. Gehen wir zu Rookle. Wir haben alle drei Tagebücher. Das ist gut. Ihr kehrt zurück, Oberwildler. Wie geht... Ja, habe ich. Habe alle drei Tagebücher. Nehmt sie nur. Kann es wahr sein? Kann es wahr sein, dass sich der Traum meines Vaters und Großvaters endlich erfüllt? Ich, ich wage es kaum hinzublicken. Hm, ja. Ja, aber natürlich. Jetzt verstehe ich. Es macht alles Sinn. Jetzt verstehe ich, warum das gelobte Land so schwer zu finden war. Es ist so offensichtlich. Ihr habt etwas Wundervolles geschafft, Oberwildler. Eure selbstlosen Taten werden allen Bewohnern dieses Dorfes viel Glück und Freude bringen. Ich muss damit sofort zu Gendar. Gendar. Rookle? Was wollt ihr? Gibt es neue Legenden über ein verborgenes Paradies, das nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden? Wenn ihr erst mal gesehen habt, was ich euch hier bringe, Gendar, werdet ihr nicht mehr denken, dass es Märchen sind, die ich erzähle. Seht euch die Tagebücher an. Hm, nein, es kann nicht sein. Sind die echt, Rookle? Sind die Informationen korrekt? Ich schwöre, dass alles, was in diesen Tagebüchern steht, wahr ist, Gendar. Das gelobte Land. Ich habe euch doch gesagt, ich würde es finden. Der Eingang ist weit entfernt, Rookle. Wir werden viele Wochen bis dorthin brauchen. Vielleicht sogar Monate. Und wir müssen durch zahlreiche Gebiete, in denen es vor Rakul nur so wimmelt. Ich sage ja nicht, dass die Reise einfach sein wird, Gendar. Aber alles ist besser als das elende Leben, das wir hier führen. Weise Worte, Rookle. Wir haben momentan gerade viele Vorräte. Und wir könnten bei Einbruch der Nacht aufbrechen. Ich werde den anderen sagen, sie sollen sich auf die Reise vorbereiten. Ich danke euch erneut, Oberwäldler. Und sage euch zum letzten Mal, lebt wohl. Wo wir hingehen, werdet ihr nicht folgen können. Die Reise ins gelobte Land ist lang und mühselig. Lebt wohl, Rookle. Und viel Glück. Hier trennen sich unsere Wege, Oberwäldler. Ich spüre, dass sich euer Schicksal erst entscheiden wird. Doch das Schicksal meines Volkes liegt am Ende der langen Reise, die uns nun bevorsteht. Was mit dem Händler? Kommt der irgendwie auch mit? Oh, ja, sieht so aus. Heller Satzpunkte halten. Wie hell sind wir denn jetzt? Ganz hell. Mist. Alle sind schon ganz schön hell. Wie hell ist Mission? Ähm. Sie ist heller. Oh mein Gott. Karp ist auch. Äh, alle sind heller als wir. Finde ich ja gar nicht gut. Das finde ich immer sowas von nicht okay. Äh, geht ja gar nicht. Cool. Äh, irgendwie voll toll, ne? Da ist ein Loch. Oben. Guck mal auf dem Dach, da ist ein Loch. Ich muss da gucken, ob es da vielleicht... Nein, da ist auch nur... Äh, Dach, oder? Feststell. Äh, ja, sieht nicht sehr toll aus. Gut. Wie gesagt. Dass das geht mit dem gelobten Land, wusste ich nicht. Ich wusste nicht immer, dass das gelobte Land gibt oder so. Ich hab von der Quest keine Ahnung gehabt, als ich diese Let's Play angefangen hab. Ich hätte aber auch niemals gedacht, dass die Tagebücher so einfach zu finden sind. Da hinten ist ein Rugghoul. Sag nicht, da waren wir noch nicht. Da geh ich dann mal eben hin. Ja, da waren wir noch nicht. Da ist auch jemand vor. Cool. Hey, ob man so gut bezeichnet kann. Wie war das? Das Leichen. Das Leichen. Ja, ja. Die Leichen. You don't belong in this world, because you are bad and I've got a level of, yeah! Levelops are cool. Levelops are so cool. Leiche. Was hat sie, mit dem Kid? Ah, schade. Aber meine hätte ich richtig gelegen. Okay, Levelau aus Great Garden, no I'm n te. No I'm n. No N an n, no 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 n, … Ich Na? Talente. Ich kann es schwer werden. Implantate? Nein. nicht nehmen natürlich nämlich dann eigentlich darauf kann ich noch gar nicht nehmen dann nehme ich hier nachkampfwaffen-fokus so ich kann schon nachkampfwaffen-fokus des nächsten äh cool wenn ich noch ein level ab hätte wenn man das ging jetzt eigentlich schnell mit dem level ab dann dürfte der nächste level auch nicht sehr schwer werden eigentlich irgendetwas scheint kauf zu belasten rede mit ihm vielleicht verräter die ja was ihn bedrückt mit kauf sprechen ja was habt ihr auf dem herzen ich möchte etwas mit euch besprechen wirklich das ist in ordnung über was wollt ihr reden um ich möchte über eure probleme mit meiner person sprechen ich wusste dass ihr nicht verstehen würde worauf ich hinaus will lasst mich versuchen es zu erklären mit euren fähigkeiten gehört ihr in ein elite kommando und ihr habt mir schon mehr als einmal den hintern gerettet deswegen und wegen eures sprachtalents bin ich heilfroh euch hier zu haben aber das heißt nicht dass ich deswegen aufhöre euch zu beobachten oder wachsam zu sein so bin ich nun mal nicht gestrickt punkt nicht so gebaut das klingt wie ein vorwand möglicherweise aber ich bin schon von leuten verraten wurden kurz gesagt das wird nicht mehr vorkommen ihr wollt also eine garantie ich weiß nicht ob ihr mich betrügt ich weiß nicht ob ihr mich betrügt aber es gibt keine garantie weder für mich noch für euch das nicht persönlich ich hätte das immer von mir ausmachen sollen so blöd ich frage mich ob ihr überhaupt jemand vertrauen könnt lasst es sein nein bin ich nicht bist du nicht was bist du nicht warum willst du nicht ich hab überhaupt nichts gesagt was willst du ich brauche niemanden der mit nein seid ihr sicher dass ihr nicht darüber reden wollt nein ich will nicht darüber reden ich will die galaxis retten wenn das überhaupt noch möglich ist warum ist das so verdammt wichtig für euch wem ich vertraue und wem nicht warum kümmert euch das überhaupt wir haben keine zeit für sowas können wir das bitte beenden fürs erste von mir aus reden wir später nochmal darüber wenn es sein muss ich will nur jetzt hier weiterkommen mhm mhm ok was machen wir ja wir sind zwar ein Level aber ich glaube nicht dass uns das trotzdem bringt du bist doch ein Pilot der Republik da bist du doch sicher schon viel rumgekommen oder sag mal was hältst du eigentlich von Taris ganz ehrlich Mischung nicht viel die Vorurteile die Gier der Reichen während die Armen verhungern das ist kein schönes Bild ja aber daran sind nur die Sith schuld bevor sie kamen war es auch nicht viel besser schätze ich vielleicht ist Taris doch nicht so toll wie ich dachte so ist es Mischung es gibt viele Welten die besser sind als Taris ja es gibt auch schlechtere aber Taris ist kein Ort an dem ein Kind leben sollte nicht mal wenn es von einem Wookie beschützt wird ja jetzt kommt sie hey ich bin kein Kind ja und Zai Bar und ich wir beschützen uns gegenseitig sag ich ja Big Zed ist mein Freund nicht mein Babysitter Mann ich wollte nur eine Antwort keine Moralpredigt nicht so stürmisch Kindchen nur ungezogene Gören verlieren nach einer einfachen Feststellung die Beherrschung ich bin